Hallo, mein Name ist Tosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Allsmoots 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir Feed the Beasts Industrial Contraptions durchgehauen und wir haben Soda Panels und Netherite automatisiert. Ich hatte jetzt auch gestern Abend nochmal die Soda Panels hier quasi zwei Quartern verpasst, weil das IA Crafting war mir zu langsam. Im Grunde genommen einfach die ganzen Rezepte mal ein bisschen aufgesplittet und ich habe gesagt, da soll einfach die ganzen Soda Panels hier reinkommen. Also wir sind schon wieder bei 300.000. Einfach automatisch verkwarfen und wir haben 55 Ultimate Soda Panels. Okay. Es ist eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, dass wir vielleicht so 16 haben oder so, aber was? 55? Wenn wir das jetzt einmal aufteilen. Moment. Hey, macht's richtig. Ich brauche dringend noch mal zu viel zu doppelklicken. So, machen wir eben so. Wir haben 13 Soda Panels für die Allsmoots 8 to the Sky. Ja, das ist so. Wir werden jetzt sofort wieder reingeschickt, oder? Ja, komm. Das ist aber richtig gut. So, heute würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen was automatisieren, wer hat's erwartet. Und zwar schauen wir nochmal den Philosophers Fuel an. Wir könnten jetzt quasi fast alles von den 13 Stück craften. Es fehlt nur eine einzige Ressource. Anti-Meter. Wie kriegen wir Anti-Meter? Und haben die schon Anti-Meter? Ja und nein, Anti-Meter haben wir zwar. Aber die von Industrial Conceptions ist leider nicht unifiziert, sonst wäre das wesentlich einfacher. Schauen wir uns nochmal den Weg für Anti-Meter von Mechanism an. Wir haben dieses hier. Dafür brauchen wir flüssiges Anti-Meter 1000 Millibuckets. Schauen wir uns das auch mal an. Wir brauchen einen Super Critical Phase Shifter. Das ist das erste Problem. Wir brauchen Polonium. Polonium ist Nuclear Waste. Das heißt, das brauchen wir. Und Nuclear Waste kriegen wir, wer jetzt erwartet, in einem Reaktor. Also bauen wir uns heute einen Fission-Reaktor auf. Dafür brauchen wir aber... Ich wollte schon was sagen. Wir brauchen eigentlich Wasser. Ich schätze mal, dass wir wieder durchgehen müssen und geht nicht mehr. Da war es doch. Und wir brauchen Fizzle Fuel. Wie kriegen wir Fizzle Fuel her? Fizzle Fuel ist in einem Isotopic Cent Refuge. Uranium Hexafluorid. Wie kriegen wir das jetzt hergestellt? Das ist wesentlich einfacher als es aussieht. Wir brauchen Oranium Oxid. Das ist Yellow Cake Oranium. Und das ist einfach ein Oranium Inget in der Enrichment Chamber. Das kriegen wir locker hin. Damit haben wir die eine Komponente. Das andere ist Hydrofluoric Acid. Dafür brauchen wir in der Chemical Dissolution Chamber Fluorid mit Sulfuric Acid. Aber eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, geben wir die Sachen doch mal an. So, das ist quasi das gesamte Setup. Erstmal in klein. Und zwar haben wir hier die Enriching Factory, die gerade Oranium zu Yellow Cake Oranium macht. Das Ganze wird dann im Chemical Oxidizer zu Oranium Hexafluorid gemacht. Äh, Oranium Oxid. Und wir haben hier die Seite, da kommt Sulfuric Acid und Fluorid rein. Und das wird automatisch verarbeitet zu Hydrofluoric Acid. Der Infuser verbindet beides dann zu... Wo haben wir es? Oranium Hexafluorid. Und wandelt das Ganze um in Sulfuril. Ich bin mal gespannt, ob das reichen wird. Weil zu Fluric Acid haben wir auf jeden Fall noch genug. Wir haben 1,4 Billionen und es steigt noch weiterhin an. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir vielleicht die andere Seite nochmal ein bisschen erhöhen müssen. Und quasi hier nochmal ein paar Chemical Oxidizer dran packen. Aber ich glaube, das wäre nicht das Thema. So. Jetzt müssen wir nur noch den Reaktor aufbauen. Und ich wollte über... Schauen, dass wir den hier hinten hinpacken. Dann quasi, dass ich vielleicht hier oben drunter... Ich weiß nicht genau wohin. Ein Quantum Intagnoporter mache. Also quasi ein Tesseract von Mechanism. Den das Ganze da rein schickt. Und ich wollte mal schauen, ich bin mir nicht sicher. Der Reaktor wandelt ja quasi Fisselfuel in Steam und in Nuclear Waste um. So. Hier haben wir jetzt schon mal das erste Nervige. Wir fangen an mit Radioaktivität zu arbeiten. Ja. Das kann mal schnell in die Hose gehen. Erstmal würde ich gucken, dass ich quasi den Steam auffange. Beziehungsweise ganz kurz als Speicher. Der soll sofort in Turbinen reingehen. Dass wir einfach mal ein bisschen Energie rauskriegen. Ihr wisst, ich bin ein Mensch ja gerne. Mehr Energie hat als alles andere. Der Nuclear Waste werden wir dann einmal umwandeln in Plutonium. Und in Polonium. Polonium müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir brauchen diese HDPE Sheets. Aber beides brauchen wir. Wofür brauchen wir beides? Plutonium brauchen wir für Plutonium Pellets. Was sind diese Pellets? Die Pellets brauchen wir für das SPS Casing. Also für das Super Critical Face Shifter. Ja. Wofür brauchen wir das andere? Polonium. Polonium brauchen wir einmal generell für den Super Critical Face Shifter. Wir brauchen 1000 Millibuckets für einen Millibucket Antimeter. Und das ist eine sehr teure Maschine was Energie angeht. Darauf arbeite ich quasi ganz echt hin, dass wir so schnell wie möglich Antimeter kriegen wie es geht. Denn die Maschine um ein Millibucket pro Tick zu herzustellen, braucht die ein Gigajoule pro Tick. Ja. Ich schaue jetzt mal hier rein. Mittlerweile ist es komplett aufgefüllt und wir haben 243 Terajoule. Aber wir haben einen Input von 8 Megajoule. Ich habe die Solar Panels jetzt noch nicht angeschlossen. Ich will die quasi... Ich weiß noch nicht wo ich das mache. Vielleicht mache ich das direkt hier nebenhin so eine schöne Fläche. Aber wir brauchen Energie. Wir werden dafür auf jeden Fall Energie brauchen. So viel wie möglich. Gut. Ich installiere jetzt mal quasi alles für einen Reaktor und wir sehen uns dann gleich wieder. So. Hier haben wir den formschönen Fischenwerk da. Ich habe jetzt noch einen letzten Block der fehlt und zwar hier. Jawollo. So. Im Grunde genommen ist das quasi die Fiorots in der Mitte. Oben drauf so eure Assembly. Und mehrere IO-Pots. Und zwar habe ich jetzt einmal gesagt, hier machen wir Input, Output Coolant. Ich muss doch noch einen Verpaste machen. Äh, ja gut. Das kriegen wir doch hin. Ah ne, die können ja alle auf Input bleiben. Hier soll Wasser reinkommen. Dann. Da 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 da. Wir brauchen einen Input für. Wobei, den machen wir doch ganz einfach. Dann sagen wir hier. Output Faced. Und dann müsste hier eigentlich nur noch. Machen wir so. Den setzen wir auf Fissile Fuel. Und einmal. Jetzt müsste wieder ein Gas sein. Nicht. Äh. Guesses. Ich hab mal kurz. So. Ich hab jetzt hier den Reaktor komplett angeschlossen. Plus ich hab hier ne Turbine aufgebaut. Ganz ehrlich gesagt. Wir wissen wie die Turbine aufgebaut wird. Schaut. Fragt mich bitte nicht. Ich hab jetzt auch schon wieder siebenmal gefühlt falsch gebaut. Turbine krieg ich gefühlt nie beim ersten Mal hin. So. Aber. Quasi Steam kommt hier sofort rüber. Das verwerten wir auch alles in Energie. Und das ganze Abfallprodukt. Beziehungsweise der Nuclear Waste. Kommt erstmal hier den Chemical Tank. Beziehungsweise der Rest auch noch hier in die Pressure Waste Tube rein. Hauptsache wir haben das erstmal gespeichert. Ich bin gespannt wie sehr wir den skalieren können. Wir aktivieren das das erste Mal. Wir haben jetzt gerade nur ne leichte Burn Rate von 0,1 Millibucket. Oh. Das geht ganz schön schnell mit dem Tank. Ja gut. Aber die Turbine dreht sich so langsam schonmal ein bisschen. Und wir produzieren schonmal. 4 Kilo Joule. So. Dann schauen wir mal wie hoch wir die Burn Rate setzen können. Ja. Wir können maximal noch 192. Machen wir erstmal auf 50. Oh 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 oh. Wir verlieren viel zu viel Wasser. Äh. Machen wir mal auf 25. 20. Okay. Ich guck mal dass ich noch ein bisschen Wasser da rein kriege. Ich habe hier ein kleines Setup aufgebaut. Was ist dieses Setup? Im Grunde genommen werden hier quasi Seeds in Cushing Weather. Basic Cushing Factory verarbeitet zu Iofuel. Iofuel geht dann hier rüber in die Pressurized Reaction Chamber zusammen mit Hydrogen und Wasser. Produziert jetzt gerade leider nichts weil Ethylen voll ist. Ich muss da noch ein bisschen was gucken. Ich schätze mal gerade meine ganzen Festplatten sind voll. Meine Gasfestplatten. Aber im Grunde genommen alles was hier passiert. Biofuel wird zu Substrat verarbeitet. Was ist Substrat? Substrat ist die nächste Substanz sage ich mal die wir brauchen für diese Maschine. Hier wird Liquid Ethylen. Das ist eigentlich nichts anderes als Ethylen verarbeitet in Liquid Ethylen. Und das brauchen wir für HDPE Pellets. Von diesen haben wir jetzt ein paar mittlerweile auch schon angesammelt. Und zwar wenn wir jetzt einfach mal hier reinschauen. Wir haben stolze 80.000. Das sollte auf jeden Fall für eine längere Zeit reichen. Unser Reaktor und unsere Turbine laufen mittlerweile relativ gut. Wir produzieren hier einfach nebenbei. Dafür dass er noch nicht mehr optimiert ist. 5,8 Megajoule pro Tick. Also not bad. Aber wir müssen noch was mit dem Abfall vom Reaktor machen. Das habe ich jetzt schon hier aufgebaut. Hier muss ich jetzt auf jeden Fall oder generell wenn der das nachbaut sehr vorsichtig sein. Niemals hier die Kabel einfach abbauen. Ihr werdet es bereuen. Denn, man sieht es schon in grünen Partikeln. Wir haben jetzt hier mit Radioaktivität zu tun. Und das ist böse Mechanism. Richtig böse. Was passiert hier? Nuclear Waste. Da sieht man zum Beispiel, ich habe mich einmal verbaut und ich will es nicht abbauen. Ich lasse die Finger davon. Ich habe Angst davor. Nuclear Waste geht jetzt einmal hier in dieses Solar Neutron Aktivator. Und ich merke schon hier habe ich jetzt ein kleines Problem. Muss ich mal gucken, dass ich jetzt irgendwie was nach vorne ziehe oder so. Ich weiß es noch nicht wie ich das mache. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Mist. Nuclear Waste geht hier rein und wird verarbeitet zu Polonium. Polonium ist auch Radioaktiv. Äh Radioaktiv. Aufpassen. Das passiert quasi in all diesen Solar Neutron Aktivatorn. Die kann ich mal ganz kurz zeigen. Die sind nicht wirklich teuer. Das teuerste ist dieses HDPE. Das sind 8 Pellets oder 3 Stück in der Enrichment Chamber. Ansonsten LED Control Circuit, Renforce Alloy und Bronze. Alles easy. Die brauchen keinen Strom. Können aber auch nicht geabredet werden. So. Das Polonium geht dann rüber in diese Pressurized Reaction Chamber. Die hat jetzt kein Upgrade drin. Bewusst. Denn diese Rate ist eigentlich von unseren Bedürfnissen her okay. Einzige was ich machen könnte wäre Energy Upgrade. Aber pfff. Das sind 5 Joule pro Tick. Beziehungsweise 2 FE pro Tick. Die habe ich schon noch. Polonium geht hier zusammen mit Wasser und Fluorid. Das ist jetzt einfach nur mal Fluorid im Crusher. Hier durch. Und wir produzieren Polonium Pellets. Aber auch. Man hat es ganz kurz gesehen. Spend Nuclear Waste. Was ist das? Spend Nuclear Waste. Man hört man vielleicht mit dem Maus gerade klicken. Kann nur hergestellt werden. Hat aber keinen Nutzen. Das ist Abfall. Den müssen wir irgendwie loswerden. Zeige ich gleich wie ich das mache. Die andere Seite ist einmal so eine Isotopic Centrifuge. Hier kommt auch Nuclear Waste rein. Und wird in Plutonium umgewandelt. Ähnliches Setup. Plutonium Wasser. Plutonium Fluorid. Das werden zu. Plutonium Pellets. Von denen habe ich jetzt einiges schon gesammelt. Einmal. 515 Polonium Pellets. Und. 520 Plutonium Pellets. Die sind sehr radioaktiv. Die kann man aber ohne Probleme anpacken. So. Man sieht jetzt vielleicht schon hier unten drunter. Da ist auch irgendwas drunter. Nuclear Waste. Muss in diesen radioaktiven Bevels. Ähm. Radioaktive Face Bevels. Gespeichert werden. Ich habe jetzt erstmal hier. 3 Sexten gepackt. In der Hoffnung. Dass es einfach mal reicht. Aber. Ich glaube das würde nicht reichen. Aber. Das Gute ist. Wir brauchen nicht viel. Und. Wir können. Wir können. Quasi. Polonium. Radioaktiv. Frei. Verarbeiten. Was heißt das. Beziehungsweise. Abfallfrei. Verwerten. Wenn wir Polonium. noch mal anschauen. Abfallfrei. gedacht hatte. Sehr gut. Gefeuert. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Da ist nicht so wirklich bei. Wir brauchen eigentlich nur die Anti-Meta-Pallets. Und dann. Schauen wir mal. Was kostet das SPS. Also der Super Critical Face Shifter. Im Grunde genommen brauchen wir nur diese beiden Blöcke. Das sind nämlich auch die teuersten. Den Rest können wir machen. SPS-Casing brauchen Polonium-Pallets. Plutonium-Pallets. und HDPE-Sheets. Und die Ports brauchen SPS-Casings. Insgesamt werde ich mich nicht wirklich verteilen. Aber brauchen wir 72 Stück. Ich komme wieder wenn wir das alles haben. Und hier ist er. In Aktion. Der Super Critical Face Shifter. Was passiert jetzt hier? Polonium geht hier rein. Und wir produzieren Anti-Meta. Mit 0,5 Millibuckets pro Tick. Bei einer Energieimportrate von 55 Millionen Joule pro Tick. Wie kriegen wir so viel Energie gerade? Ich habe die ganzen Sword-Panals aufgeklatscht. Und naja. Es ist noch zu wenig. Wobei wir eigentlich eine relativ gute Rate haben. Finde ich. Ich bin jetzt nur am überlegen. Ach jetzt geht es ein bisschen runter. Kriegen wir gerade in 8. Hä? Soll ich denke. Ja das ist einfach noch generell. Hier ist gerade gesunken. Weil es. Die Energiefreude aufgebraucht ist. Okay. Ich bin da überlegen. Ob ich jetzt einfach noch ein Flux Point dran klatschen soll. Ich mache es jetzt einfach. Warum nicht? Mach einfach mal. Hier. Uh. Output. Komm. Bypass Limit. Das kann schon schief gehen. Und dann müsste ich vielleicht auch hier hinten das Limit erhöhen. Machen wir jetzt einfach mal auf 5 Millionen. Wir müssen eigentlich immer noch reinkriegen. Wir haben einen Input von 14 Millionen gerade. Komm dann erhöhen wir mal auf 7 Millionen. Das dürfte. Oh ja. Langsam weg. Man entdeckt ein bisschen. Ja. Es ist jetzt noch nicht optimal. Aber wir kriegen jetzt so circa pro Sekunde. Sag mal. Alle 2-3 Sekunden kriegen wir einen Millie Bucket. Ja. Wobei. Es ist pro Sekunde. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Bin ich ehrlich. Alles was wir jetzt mit diesem Anti-Meta machen. Wir brauchen einfach nur noch einen Chemical Crystallizer. Den können wir mal schnell craften. Habe ich vielleicht was? Ich habe auch noch welche. Jetzt habe ich so viele Crystallizer. Ah. Ich erinnere mich ja. Im Grunde genommen machen wir das einfach nur noch so. Dass wir dann hier den Crystallizer hinpacken. Hier eine Leitung hinpacken. Sagen dann hier raus. Output. Und Anti-Meta hier rein. Im Grunde genommen können wir eigentlich auch sagen. Wir machen Input Output. Eject. Und packen dann da einfach ein Drawer hin. Und lassen das ganze laufen. Das dürfte dann eigentlich schon alles gewesen sein. So. Wie man jetzt merkt. Das dauert seine Zeit lang. Wir brauchen 1000 Midi Buckets. Ja. Ich hätte das vielleicht ein bisschen früher aufsetzen sollen. Aber ich glaube. Im Notfall kann ich unsere ganze Energieversorgung einfach hier rein denken. Und gib ihm. Weil das ist einfach nur noch gerade ein kompletter Stromfresser. Aber ja. Wir haben dann einfach genug Zeit um uns einfach um andere Sachen der Automatisierung zu kümmern. Denn im Grunde genommen fehlen nicht mehr wirklich viel den All The Mods da. Wir schauen uns das ganz einfach mal an. Wir brauchen noch Golden Dragon Scales. Das kann ich relativ schnell fertig machen. Charm of Wizard 2. Charm of Knowledge 2. Patrick Star. Das können wir noch. Das kriegen wir hin. Dragonstone. Botania werden wir machen. Endstone Block Mal 4. Gar kein Thema. Glyph of Wizard. Das ist etwas was ich einfach so machen werde. Dark Soul. Haben wir quasi auch schon Fassade zusammen. Snow Queen Trophy. Das wird noch ein bisschen eklig. Bronze Nuggets. Pfff. Okay. Eternal Obsidian Skull. Da muss ich mal schauen wie der gemacht wird. Genau wie beim Empty Soldier. Mit dem habe ich auch noch nie gearbeitet. Play Block Mal 4 ist kein Thema. Rune of Summer. Rune of Sloth. Es ist noch viel Botania. Blackstone Block Mal 4. Rune of Wrath. Anti-Meta-Pallets werden jetzt produziert. Nukes muss ich nur noch das ZZ machen. Und ein Master Infusion Crystal. Und im Grunde genommen. Nether Rack Block Mal 4. Mal wieder eine Rune. Ein Arcane Dragon Egg. Platinum Blöcke. Wir haben fast alles. Wir können bald unseren ersten All the Mod Star machen. So und nachdem ich jetzt quasi drei Tage lang nicht aufgenommen habe. Und einfach mal gesagt habe. Komm. Energieversorgung die wir hatten. Komplett leer laufen lassen. Also ich habe wirklich komplettes Maximum reingebeidert. Was ging. Wir haben ca. 2 Millibuckets pro Tick gemacht. Und naja. Unsere Energieversorgung hat gut heruntergelitten. Also ich hatte kurzzeitig jetzt mal ein ausgeschalteter nachlaufen lassen. Wir sind jetzt wieder bei 217.000 und es rutscht immer noch runter. Also wir machen immer noch Minusgrade. Aber. Ich habe den Reaktor jetzt ausgeschaltet. Wir kriegen jetzt quasi keine neue Nucleare Waste mehr rein. Wir lassen das jetzt leer laufen. Wir lassen das jetzt leer laufen. Wir haben eindeutig genug Polonium Pellets. Wir haben 14.000. Plutonium haben wir. 22.000. Plus 154 Antimatter. Das lassen wir jetzt mal durchlaufen. Beziehungsweise das haue ich jetzt schon mal ins System rein. Mehr brauchen wir auch nicht. Wenn das jetzt hier leer ist. Beziehungsweise hier die Leitung leer ist. Ich habe ja auch nochmal erweitert gehabt. Weil kurzzeitig zu viel Nuclear Waste produziert hatten. Ja. Ich würde sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt. Drückt auf den Abonnieren Button. Und die Glocke nicht vergessen. Ganz wichtig. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.